Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video geht es mal um das Update für den Bosch Nyon aus dem Sommer 2023. Viel Spaß damit! Zum Glück hat Bosch die bisherige E-Bike-Generation noch nicht komplett vergessen und hat jetzt im Sommer 2023 noch ein kleineres Update für den Nyon Touch rausgebracht. Für den Nyon der ersten Generation gibt es auch ein Update. Allerdings habe ich da kein Testrad mehr da, um dir das zu zeigen. Aber für den Nyon der zweiten Generation mit dem Touch-Display, da habe ich noch einen Rat und kann dir jetzt mal zeigen, wie das Update funktioniert und was alles aktualisiert wurde. Für das Update vom Nyon habe ich den mal vom Fahrrad abgenommen und hier mit in die Wohnung gebracht, um da eine stabile WLAN-Verbindung zu haben. Und genau das ist schon ein gutes Stichwort, denn ich beginne jetzt hier mit dem Aktivieren der WLAN-Schnittstelle, dann in den Systemeinstellungen suchen und herunterladen, anschließend das Update installieren. Nach einem Neustart ist der Nyon dann auf dem aktuellen Stand. Anschließend macht dich der Nyon auf eine neue Kartenversion aufmerksam. Vor dem Download der Karten schließe ich erstmal ein Micro-USB-Ladekabel an, damit die Stromversorgung von dem Nyon gesichert ist. Dann starte ich den Kartendownload. Nach dem Neustart siehst du neben der Uhrzeit bereits das Download-Symbol, kannst aber auch in die Einstellungen, Karteneinstellungen, Offline-Karten, meine Karten, dort siehst du dann den ausführlichen Download-Fortschritt. Zum Schluss noch ein Sync per Hand angestoßen und damit ist der Nyon auf dem neuesten Stand. Jetzt kann ich das Ladekabel entfernen und wenn man dann mal ein bisschen in dem Nyon rumblättert, dann merkt man schon, es hat sich nicht wirklich sichtbar was getan. Klar, in den Release-Notes stand ja auch drin, dass es nur ein paar Fehlerverbesserungen und kleine Updates im Hintergrund waren. Insofern war die oder ist die wichtigste Neuheit das neue Kartenmaterial und auf der Karte fällt dir das auch vom Design her zumindest nicht auf. Auch bei den neuen Straßen und Wegen ist mir jetzt so auf den ersten Blick und auf einer ersten Testfahrt nichts wirklich aufgefallen. Es gibt hier also noch die Karten-Updates für die bisherigen Nyon-Geräte. Das ist schon mal eine Mindestanforderung für eine Pflege bisheriger Systeme. Bei den Funktionen gehe ich auch davon aus, dass sich da nicht mehr wirklich was tut. Also da wurden vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten und Bugs beseitigt, aber ansonsten ist einfach das Nyon-System auf dem Abstellgleis und ich hoffe zumindest, dass es noch für einige Jahre mit aktuellen Karten versorgt wird. Nutzst du eine der beiden Nyon-Generationen bei dir am Fahrrad und bist du eigentlich noch mit dem Nyon zufrieden? Da würden mich mal deine Erfahrungen interessieren. Schreib die gerne unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch ganz viele weitere Bosch, Nyon und Navi-Videos für dich verlinkt und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, euer Matthias. Ciao, euer Matthias. Ciao, euer Matthias.